Du studierst jetzt was mit intelligenten Maschinen? Yo, mechatronische Systeme! Nimm zum Beispiel einen Staubsauger-Roboter, der merkt sich, wo deine Möbel stehen und fährt nur einmal dagegen. Gibt's keinen See? Nö, aber coole Fächer und Projekte mit viel Praxis. Ist deine Freundin nicht traurig, wenn du wegziehst? Warum? Ich bleib doch hier! Vielen Dank!